Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den EMG Markets Morning Call für Montag, den 6. Juli. Gut, wir beginnen zunächst mit einem Rückblick auf den Freitag. Wir hatten am Freitag den vorgezogenen Independence Day, also den Feiertag am Freitag gehabt. Der Independence Day war am Samstag in den USA. Am Freitag war kein Börsenhandel, insofern blieben die Impulse aus New York aus. Der DAX musste den Handel alleine bewerkstelligen am Freitag. Wir sind dann angestiegen bis in den Bereich hier von 12.650 Punkte und dann genau im Short-Bereich hier wieder nach unten abgedreht und dann mit einem Abschlag von 0,64% bei 12.528 Punkten aus dem Handel gegangen und damit zunächst hier am Widerstand im Bereich von 12.600, 12.650 Punkten nochmal wieder nach unten abgeprallt. Der Trendindikator war weiterhin blau. Unsere Signallinie für den Freitag lag bei 12.480 Punkten, also über 12.480 Punkten war dann mit Stärke zu rechnen, darunter dann mit Schwäche. Und am heutigen Montag dürfte der DAX dann mit einem kräftigen Gap-Up eröffnen. Nach der Rückkehr der US-Teilnehmer, wir notieren vorwürstlich bereits im Bereich von ungefähr 12.800 Punkten und damit mit einem kräftigen Gap-Up. Gut, wir machen dann direkt weiter mit dem Wochenchart und den neuen Markierungslinien für die laufende Woche. Die Markierungslinien beziehen sich bereits auf den vorwürstlich höheren Kurs im Bereich von 12.800 Punkten ungefähr. Nun haben wir also für die laufende Woche die hellgrüne Markierungslinie bei 12.700 Punkten, dann darunter bei 12.500 Punkten die dunkelgrüne. Und das bedeutet nun, solange wir uns hier über 12.700 Punkte aufhalten, dürften wir dann Kurs nehmen auf die rote Markierungslinie und die befindet sich direkt bei 13.000 Punkten und darüber würde dann die dunkelrote Folgen bei 13.100. Schwäche würde sich dann also erst wieder breit machen, sobald wir dann unter 12.700 Punkte fallen und hier nachhaltig nach unten wieder durchbrechen. Und dann dürften wir zunächst einmal wieder 12.500 Punkte anlaufen. Gut, und damit wären wir dann erstmal durch für heute, für den heutigen Montag, mit dem ING Markets Morning Call Short und Long Bereich, hier nenne ich erstmal Nick. Die werde ich wahrscheinlich noch nachtragen dann im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video. Ich muss mich erstmal dann orientieren, wie der Markt dann sich weiter verhält, hier nach dem kräftigen Gap-Up am heutigen Montag. Und dann melde ich mich wieder mit dem ING Markets Chartflash am Nachmittag, sowie dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im Trading und bis morgen.